In diesem Video soll es um das Rondo gehen. Das Rondo ist eine musikalische Form, die ungefähr seit dem 12. Jahrhundert existiert. Ich mache das Video deswegen, weil es so schön zeigt, wie man mit musikalischen Formen umgehen kann und wie man die erlernen kann. Wenn man sich das durchliest, dann stößt man sehr schnell auf so merkwürdige Buchstabenkombinationen, wie hier. Und das überfordert ganz viele Menschen am Anfang, weil man überhaupt nicht das zuordnen kann. Ich meine, man hat das ja mit Musik zu tun. Was hat das mit Buchstaben zu tun? Und diese Buchstaben, die bedeuten nichts anderes als musikalische Formteile. Musikalische Formteile, das ist auch für viele Menschen etwas unfassbar Abstraktes. Und das möchte ich jetzt mal ein bisschen an einem Beispiel konkretisieren. Im Grunde genommen ist ein Formteil ein Teil, der sich musikalisch von einem anderen Teil abgrenzt, der also insgesamt eine gewisse Einheitlichkeit aufweist. Und um das mal deutlich zu machen, habe ich jetzt hier einfach drei Lieder ausgewählt. Und das ist ja klar, jedes Lied ist in sich eine Einheit. Ist ein Mann in Brunnenquallen ist nur ein anderes Lied als Merrily, we roll along. Und die beiden hören sich natürlich anders an als dieser kleine Teil aus Jingle Bells. Und was hat das jetzt mit den Formteilen auf sich? Nun gut, die Formteile sind eine Abstraktion von diesem Namen. Statt diesem ersten Namen ist ein Mann in Brunnenquallen, sage ich ab jetzt einfach nur noch, das ist der Formteil A. Statt Merrily, we roll along, sage ich nur noch, das ist jetzt der Formteil B. Und statt Jingle Bells ersetzen wir ein C. Und dann haben wir statt drei Liedern drei in sich musikalisch geschlossene Einheiten drei Formteile. Und wenn wir das haben, dann können wir diese Formteile miteinander kombinieren nach Belieben. Und schon haben wir alles beisammen. Denn jetzt brauchen wir bloß noch eine gewisse Reihenfolge, eine gewisse Abfolge dieser Formteile anzustreben. Und schon haben wir ein Rondo. Wir haben hier die Abfolge A, B, A, C, A, B, A. Das ist eine ganz übliche Form des Rondos. Und das sieht jetzt erst einmal sehr, sehr nüchtern aus. Aber wir können das ja jederzeit wieder in Musik übersetzen. Dann sieht das so aus. Hier haben wir noch einmal die Abfolge all dieser Minimelodien. Wir beginnen mit dem Teil A. Ist einmal ein Brunnenquallen. Man sieht, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr aufschreiben. Das ist aber die gleiche Melodie. Dann folgt Teil B. Dann noch einmal A. Dann C, A, B, A. Und ich erlaube mir jetzt einmal das Rondo hier in dieser Form jetzt nicht vorzuspielen. Das wird jetzt ein bisschen arg langweilig sein, weil die Melodie natürlich langweilig ist. Ich habe die Melodie deswegen ausgewählt, weil man sie auch als Nicht-Pianist ganz gut spielen kann. Das sind alles gerne Melodien im Fünftonraum, im Quintraum. Und die kann eigentlich auch ein normal begabter Mensch ganz gut hinbekommen. Sodass jeder eigentlich imstande sein könnte, dieses Rondo, was jetzt hier steht, tatsächlich auf dem Klavier zu spielen. Was das eben jetzt war, das war ein Rondo. Das war eine gewisse Abfolge. Und es gibt so zwei Haupttypen heutzutage. Das eine ist das sogenannte Bogen-Rondo. Und das andere ist das sogenannte Ketten-Rondo. Wenn man sich diese beiden Rondo-Formen anschaut, dann fällt eine Gesetzmäßigkeit auf. Egal, ob ich jetzt das Bogen-Rondo mir anschaue oder das Ketten-Rondo. Das Bogen-Rondo hat einen Teil A, der refrainartig immer wieder kehrt. Und dazwischen liegt etwas anderes. Das ist hier einmal B und dann einmal C und dann kommt nochmal B. Aber das Entscheidende ist ja wohl, dass immer wieder an jeder zweiten Position dieser Refrain steht. Das gleiche Prinzip, das gibt es auch beim Ketten-Rondo. Da ist auch der Teil A derjenige, der immer wieder kehrt. Und zwischendrin gibt es eben einen anderen Teil. Und das einzig Komplizierte ist jetzt diese Benennung, denn da gibt es ein paar schwierige Wörter. Das Rondo selbst, da ist eine musikalische Form. Und jetzt gibt es eben diese Benennung. Der immer wiederkehrende Teil, dieses A, den nennt man entweder Refrain oder eben Ritornel. Das Wort Ritornel leitet sich ab aus dem italienischen Ritorno und heißt Wiederkehr. Und der jeweils andere Teil, das ist B, C oder hier, wie es sogar ein bisschen alle Unendlichkeit weitergehen kann, dieser andere Teil, den nennt man Couplet. Das ist einfach der Teil, der immer zum Refrain dazugehört. Der zweite Teil, das Couple, also das Paar, was sich dadurch ergibt. Noch ein Wort zu den merkwürdigen Namen. Warum heißt das Bogenrondo eigentlich Bogenrondo? Die Idee ist ganz einfach. Man nimmt an, dass es eine Mittelachse gibt, eine Symmetrieachse. Diese Symmetrieachse befindet sich bei diesem Bogenrondo ganz eindeutig beim Formteil C. Und wenn das so ist, dass das die Mittelachse ist, dann sieht man das, was auf der linken Seite ist, das ist auch rechts. Und das gilt für alle Formteile. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann muss man den Namen Bogenrondo eigentlich nicht mehr erklären. Das Kettenrondo hat seine Bezeichnung davon, dass die Couplets wie an einer Perlenkette aufgereiht sind. Und das muss natürlich auch nicht wie hier beim E-Schluss sein, sondern das könnte man theoretisch in alle Ewigkeit fortführen. Irgendwann wird es natürlich langweilig. Das ist das Kettenrondo. Das ist nicht symmetrisch, sondern das Kompositionsprinzip ist das der Reihung. So, das Prinzip ist klar. Ja, große Formteile bekommen Großbuchstaben. Das einzige Problem ist, dass diese Großbuchstaben nicht unbedingt selbsterklärend sind. Denn was man hört, sind ganz häufig eher kleinere Abschnitte. Man hört zum Beispiel eine kleine Melodie und solche kleinen Abschnitte bekommen dann eben kleine Buchstaben. Und wenn diese Melodie von einem anderen musikalischen Gedanken abgelöst wird, dann wird man dazu sagen, na gut, das ist ein kleines B. Das ist immer noch was ich überschaubar von 1, 2, 3 Takten. Und dann hören wir vielleicht nochmal das Gleiche von Anfang an. Und erst jetzt in der Zusammenschau wird deutlich, aha, diese drei Buchstaben A, B, A, die ergeben insgesamt einen Formenteil. Denn dieses große A, das ist das, was sich später wiederholt. Genauso gut kann es sein, dass ein Formteil B auch aus mehreren Gedanken besteht. Nämlich vielleicht aus einem, die kleinen Buchstaben laufen dann nach einem Alphabet weiter. Nämlich einem Formteil C, dann vielleicht einem Formteil D. Vielleicht kommt auch dort nochmal ein C wieder. Und auch diese werden unter einem großen Buchstaben zusammengefasst. Aber auf der Hörebene würde man sagen, okay, ich höre zuerst diese Melodie, dann diese Melodie, dann diese Melodie, dann das und das und das. Und erst in der Zusammenschau kann man sagen, aha, offensichtlich gehört das ja irgendwie zusammen, weil das die gleichen Buchstaben sind. Und das gehört zusammen und das subsummieren wir dann eben unter diesen großen Formbuchstaben. So, und jetzt würde ich das Ganze mal gerne anhand eines Beispiels zeigen, nämlich anhand von Elise von Beethoven. Und wenn man dieses Stück zum ersten Mal hört, dann ist das auffällige sicherlich dieser Wechselton, diese Melodie... Na la da 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 dung, da die de de dung. Und so weiter. Dann kommt das nochmal. Das ist eine Melodie, an die man sich wieder erinnert. Die wird ja hier auch wiederholt. Und später kommt die dann wieder. Und zwar ziemlich genauso, nämlich hier heißt es. Und jetzt ist die Melodie, die dazwischen liegt, was anderes. Da 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 und so weiter. Die ist zwar vom Begleitduktus ganz ähnlich, also diese gleichen gebrochenen Akkorde und den gleichen Rhythmus prinzipiell, aber die Melodie ist anders. Deswegen wird man sagen, naja gut, es gibt auf jeden Fall einen kleinen Teil a, der wird hier wiederholt und es gibt aber etwas anderes, ob man den jetzt a' nennt oder b, das ist eigentlich wurscht. Aber was auffällt am Ende ist, dass diese drei Teile insgesamt einen großen Teil abbilden, denn diese drei Teile, die kommen im weiteren Verlauf des Stückes noch mehrfach vor. Und das ist eben das Riturnell. Und dieses Riturnell ist nicht nur der kleine Teil a, sondern das Riturnell ist dieses gesamte dreiteilige Lied a, b, a. Was jetzt kommt, ist eindeutig weder der kleine Teil a noch der kleine Teil b, sondern das ist eine komplett andere Melodie. Die ist in sich allerdings auch noch einmal geteilt, denn hier diese Passage mit den 32. hier unten, die hier beginnt, diesmal definitiv anders als und so weiter. Hier ist ja so eine aufsteigende Tonleiter mit den ganzen 32. Das ist was anderes. Diesen folgenden Teil werde ich jetzt ein bisschen dunkler einfärben, um zu zeigen, dass das doch was anderes ist. Und danach können wir natürlich wieder erwarten, dass jetzt das Riturnell kommt. Diese kleinen beiden grünen Teile, die kann man natürlich jetzt zusammenfassen zu einem großen B-Teil. Und dann würde man sagen, da man die kleinen Buchstaben immer durchnummeriert, dass das erste dann der Abschnitt c ist. Und hier bei den 32. würde dann der kleine Abschnitt d beginnen. Nach einer kurzen Überleitungsphase beginnt jetzt nochmal dieses Wechselton-Thema. Und hier ist eigentlich Schluss. Und jetzt kommt hier dieser kleine Zwischenteil, dieser kleine B-Teil. Auch der hat ja eigentlich hier Überleitungskarakter. Und dann kommt wieder aber dieser Wechselnotenteil. Das ist das, was man so kennt. Und das ist wieder eindeutig dieses dreiteilige Lied vom Anfang. Das heißt, insgesamt ist das natürlich noch einmal, was jetzt hier erklingt, der Abschnitt A. Und jetzt sieht man ja schon rein äußerlich, dass jetzt unten etwas ganz anderes beginnt. Und ehe ich mich jetzt hier verzettle mit den ganzen kleinen Buchstaben, kann man einfach schreiben, das, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall ein neuer Teil. Das hier ist was anderes. Und auch dieser große C-Teil, der besteht aus zwei Teilen, denn man sieht ja schon rein optisch, dass wir hier die ganze Zeit diesen geilen repetierten Ton haben, mit den Akkorden, die oben vorrücken. Und danach beginnt das anderes. Danach haben wir diese Akkordbrechungen. Hier haben wir dann diesen chromatischen Abwärtslauf. Ehe es dann hier wieder von vorne beginnt. Das heißt, auch hier dieser Großteil C, der ist im Grunde genommen zweigeteilt. So dass wir sagen, dass hier ist dann der nächste Formteil, mit dem Kleinbuchstaben. Und hier beginnt ja wieder das Thema mit der Wechselnote, da, 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 da und so weiter. Und hier hätten wir dann wieder den kleinen Mittelteil der Überleitung. Und hier haben wir wieder das Thema in Originalgestalt, so dass wir am Schluss sagen können, okay, wir haben am Schluss auf jeden Fall nochmal hier A. Und eben, das hatten wir ja schon auf der anderen Folie, das blaue ist der Teil C. Insgesamt haben wir also einen Verlauf von A, B, A, C, A. Und das Entscheidende ist ja, dass wir einen Formteil haben, der immer wieder kehrt, das sogenannte Ritonell. Und zwei andere Teile, die sogenannten Couplets. Man würde bei dem hier sagen, das ist eben so eine Art kleines Kettenrondo oder einfach Rondo an sich. Man würde bei dem hier sagen, das ist eben so eine Art kleines Kettenrondo oder einfach Rondo an sich. Man würde bei dem hier sagen, das ist eben so eine Art kleines Kettenrondo oder einfach Rondo an sich. Man würde bei dem hier sagen, das ist eben so eine Art kleines Kettenrondo oder einfach Rondo an sich. Das ist eben so eine Art leise Kettenreondo oder einfach Rondo an sich. Untertitelung des ZDF, 2020